ok weiter ach komm so ja leute ja leute das ein neuer part weil der letzte hat 33 minuten gedauert und wir dürfen nicht wir könnten mehr als 33 aber ich glaube nicht dass eure konzentrationsfähigkeit so lange anhält denn also ist es ein neuer part also part 10 sie sind irgendwie eklig hat der gerade einen zahn egal komm wir machen noch dieses schloss und noch drei welten und dann alles gut für heute irgendwie habe ich auch keine lust mehr das zu kommentieren das ist schön für dich was so hatte wenn ich gegessen habe mache ich die hausaufgaben ich muss doch so viele videos zu gucken verdammt ich hasse es manchmal ich habe ich auch noch gucken wie ich auch eigentlich aber ich muss mir auf die schule konzentrieren als anime nein das ist wirklich so ich habe hier echt auf die faune haut gelegt ich muss echt mehr was für die schule tun deswegen mache ich jetzt echt was für die schule ich mache immer hausaufgaben aber ich habe bemerkt bei den klausuren normalerweise schreibt man doch viel oder zum beispiel für eine aufgabe bei mädchen drei seiten schon dann habe ich die eine halbe seite geschrieben bei wasser was zum thema ökologie und danach habe ich noch vier punkte bekommen der lehrer meinte auch ja du musst alles ausführlicher schreiben ich denke jedes mal wenn ich das wesentliche schreibe ich kriege ich punkte aber das stimmt eigentlich nicht also der lehrer will ganzer dass ich ausführlich schreibe deswegen mache ich das jetzt auch bei den hausaufgaben mache ich jetzt auch ausführlich äh wie wird es jetzt da doch ach so ich weiß das nervt manchmal diese eine stelle wo das immer so dün 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 das ist immer so kacke du musst nach links hat der irgendwie der schei-gai in der sterne gestoppt oder warum leuchtet der so sehr ist das spezieller schei-gai ja ach so du ekliger bastard egal zieh durch zieh durch ja ach so rechts kannst du auch war es nicht hier egal mach schnell das so mach schnell schlossi mach schnell schlossi wie viele fotos sind eigentlich schon oben ich muss das foto von mir sehen ich sehe voll gut aus auf den fotos das muss ich sagen dass ich da sehe ich echt gut aus das war jetzt pervers das war jetzt pervers das war jetzt pervers da machen das eine wo ich so mit tank top bin also ich habe schon eine aktuelle welche ich weiß so ich habe immer wenn ich betrunken bin ziehe ich mich die ganze aus ich hoffe alles habe ich ausgezogen irgendwie habe ich manchmal ein hemd angezogen also er hat die ganze zeit an dann habe ich ein hemd an ausgezogen dann in diesem moment habe ich dann wieder angezogen ich war einfach voll unentschlossen ich wusste gar nicht warum ich das ganze gemacht habe die mutter von an katrin haben sie gesagt es gab es gab da immer so einen typen dass die ganze immer ausgezogen hat das war das einzige was sie bei mir gemerkt hat das war nicht mal schon ich hasse dich dafür ich hasse dich auch dafür ja was ich wagen wir mal ein bisschen fahr zur Hölle fahr zur Hölle lach dich dahinten kaputt man verreckt ein herpes verreckt ein herpes warte noch mal dreimal ist immer recht das war jetzt nicht echt das musst du mal sagen das muss jetzt mal hier gibt es eine möglichkeit ja ok egal wenigstens habe ich was rausgefunden Juri ich weiß doch was das ist weil ich hab ja gesagt am Anfang des Videos account nein hast du nichts gesagt die werden einen einflusses Guck erst mal welche Minuten das ist weil wir sich dann gucken können Guck gucken guck auch guck guck erst mal wieveen Minuten egal komm okay weiss Yessing ähm Andersrum Schien Schien Nein Schien erst mal nur einige Schien nach Nein andere Seite Andere Seite Norm x2 nochmal ich hab mich schon Oh lebih denn und so leicht geht es die Zukunft von den dicken Augen denn 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 wir sind okay ich habe ich bin ein profi bei diesem spiel das kann ich echt ehrlich zugeben dass du was für kein profi bei jump in ones wenn du supermacher advance 4 denkst du echt was ist das für ein du kannst denken ja kannst du sagen aber du musst erst mal das video sehen tun ich so im inneren ich würde mal nicht lachen eben weiß nicht ja wusste man zu er wusste in meinem bruder zimmer ist klar vertellen die ganzen bakterien der türkischen bakterien welche studie ja bestimmt auch türkei die beide studierende ließ dann meistens die ganz verarschen oder was ich habe jetzt ich komme das stimmt jetzt auch das schlimmste einer kommt jetzt so an warum wusstest du das das war zu lustig denn 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 wieso machst du das verdammt kein gut es war echt kacke ich habe gefunden das war das war unlogisch das war echt unlogisch das konnte man echt nicht durchgehen das wird du bist das heute oder das gestein da durchgegangen guck mal das oh scheiße das soll einerseits ist das auch unlogisch weil guck mal das ist ein geist ein geist kann keine sachen anfassen ähm ja das ist noch immer noch getroffen so dass ich ein leben ich dachte auch das kann man jetzt durch irgendwie wenn die bostel immer ekliger aber das eine mit den lava das war immer noch das ekligste schwimmen denn denn nicht er macht sie mit einer maschine ich dachte er macht das denn oh egal ein bisschen unterstücken ist immer gut und tschüss lasst den allen scheiger in ruhe egal das war gut das war gut okay dass der boss in diesem level oder das ist okay man ist dort echt lange deswegen mache ich nicht so viele jump in ones sind bei mir rpgs rpgs sind besser finde ich aber jump in ones sind da um aggressivität aufzubauen musst du knacken lassen oder was joshy du bist sehr stark aber bei diesem gegner wirst du keine schwachpunkt finden okay da habe ich jetzt kein tipp gesehen du musst aber ihn ansehen da weißt du schon wo der tipp ist ach so okay und wie soll es an das herz kommen ach so ah kann er eigentlich angreifen okay er kann gar nicht angreifen oder ein schub sich runter das ist sowieso noch eine ewigkeit vier mal gehen verdammt noch mal dahin die dämonischen richtig okay geschafft wieso hat das wieso hatte das herz so haare drauf trotzdem mal so ekelig stell dir vor das herz hätte jetzt flöhe da muss ich jedes mal das herz kratzen ekelige vorstellung ich weiß das ist eine zahl stimmt ist jetzt wirklich was du mal letztens erzählte der pingelin ist süß milven baby denn 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 ich glaube diesen boss machen wir nicht machen später sowieso noch 18 okay ich bin das hat sehr gut angefangen und hat fünf leben oha wir sind gut milven klippen oder du bist gut ich bin guter kommentierer denn 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 lass mich doch mal versuchen ja lachte ich da kaputt dafür wichser hör auf mann okay ich drehe nicht durch aber du musst du dir das gleiche passt das gleiche das geht mal alter nochmal dreimal bremer recht viermal wäre ungerecht das muss sein das muss sein die mussten wissen dass ich aus bremen kommen und sehr gefährlich und braun ich weiß ich weiß ich weiß ich bin gut was hä kein kommentar durchwaschen dass der golden style vögel oder warte ach so ein brauchte ich um verdammt ich habe das ein gut geworden denn 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 war Kubschrauber also mit ihm war noch die Steuern einigermaßen okay eigentlich müssten die Ecke eigentlich müssten die sterben gegen meinen Propeller die müssten eigentlich alle so richtig sterben ja aber nein das Spiel ist ja so logisch dass es macht dass der Vogel stärker ist als ein Propeller ach komm so ich bin schon da manchmal denke ich nur ich bin gut aua was sind das für roten achso das sind die Bällen Ich bin gut, ich wasche gern Das ist doch so gern Ähm, toll Ähm, ja Verdammt Komm runter Das musste sein, das musste einfach sein Du hast mich wieder gegen meinen Körper gehustet Wenn ich morgen krank bin Willst du sehen, was ich bei der Arbeit da mache Du Wichser Äh, du Agro Baby, wo bist du? Ach, komm her Wann hab ich das? Ja, spring, spring Ja Ich weiß Er geht nicht weiter nach oben Äh, gehen wir nach rechts wieder Ah, da Okay, man muss diesen Schamon, na Schamon Du ekliges Bastard, Baby Vater Und so Ist jetzt er knapp da Ja, ich wusste es Schamon Lässt grüßen Ah Das meinte ich Bei Jumping Ones Du musst echt Super Mario Advance 4 sehen Du wirst weinen Wenn du das siehst Oh ne, ich hab's geschafft Oh mein Gott Ich weiß, ich bin Noob Warte, warte Vielleicht kommt noch Bonus Warte, warte Ja Du musst mich verarschen Ja Egal Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab das nie gesehen Egal, jetzt hast du die gesehen Bei mir 3-3-3 haben wir bekommen Also leben die jetzt Und die nächste Über den Wolken Du Wichser Was war anders Für komische Kopfbewegungen Oh nein Ist noch so lange Wir füllen die da rein Nein, wir füllen die da rein Egal, lass jetzt Achso, das ist ein Ding Ich dachte, das ist irgendwas Okay, das ist ein Weg Ach, komm her Egal, wenigstens, dass ich Nicht, dass ich jetzt sagen kann, dass ich nichts gemacht habe Wollte du so kratzen Ja, warum? Wir wollten den Piranien Der Piranien auf uns Kann mich mal Hä? Ich hab keine Ahnung Achso, der Footballer Ist ein Baseballer Achso, ja Kommt her, meine Kinder Kommt her, meine Kinder Das hab ich gesagt Footballspieler Achso Kommt her, meine Kinder 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 Ich hab' noch welche, ne? Wenn du ihn mit Eiern wirfst, wirf das wieder zurück Oder bis er das schlägt, ja Ich hab da auch reingekackt, oder? Achso, nein, okay Komm ich mal runter Wirf mal das Wirf nochmal Ich krieg voll die Panik von diesen ganzen Schüssen Und jetzt Ich bin irgendwie gut Obwohl ich eigentlich nichts mache Kommt ihr runter Wir haben keinen Safebound bisher getroffen, oder? Ich denk schon Guck mal, du bist dran Morgen kommt sie mit Ich weiß Wollte ich nochmal nachfragen Achso Aber ich weiß, dass du das Ja, wir haben bisher kein Safebound getroffen Sie kommt wirklich morgen mit Ich hab sie nicht bekommen Egal, sie wird sowieso den Job bekommen, das ist klar Bei ihrem Gesicht kann man nicht sagen, dass sie nicht Sie hat echt ein Happy Face Deswegen kann man echt sagen, dass sie angenommen wird Hab ich herangenommen oder angenommen gesagt? Weiß ich auch nicht Ich hab das gesagt Ich hab das gesagt Ich denk nicht, dass er es Warte Wird ihr das Video sehen? Nein Jetzt früher geguckt, aber jetzt nicht mehr so Was? Nein Ich kann sie ganz damit belästigen, wenn ich wollte Ich könnte ja Ich könnte sie ganz sagen, guck mal an die Videos Egal, das sowieso die vorletzte Welt Ich kenne meine Mut an und aus Das wieso die vorletzte Welt und danach müssen wir Äh, dann müssen wir die letzten Vorletzte, ach, die vorletzte Die vorvorletzte und danach kommt die Vorletzte und danach kommt der Boss Deswegen machen wir es ein Cut dann Hast du siehst? Egal, du zeigst alles Bei mir gab es nicht so viel zu sehen DIN 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 Hier ist eigentlich diese Viecher Am Ende sieht man sowieso die Credits Das ist ein Bronner Yoshi, oder? Gut so Der mein Graut hat mir gedacht DIN 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 Und... Okay, das ist gut Das ist sehr, sehr gut Bitte DIN 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 Das ist sehr, 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 sehr Sehr, sehr, sehr Gut DIN 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 Okay, jetzt noch das hier So Hä, was hat das hier jetzt gebracht? Ich habe vor kurzem vergessen, dass wir gerade Let's Plays machen Ey man, ich bin in die Gedanken echt woanders Ich bin nicht mehr ganz klar Verdammt, ich bin schizophren, ich höre Stimmen im Kopf Sollte du eigentlich jetzt Angst haben? Wer sagt, die Stimme ja bringen muss die um Oder sie sagt, holen muss die einen Döner Witzig ein Döner dann? Yeah Ey, das Level ist irgendwie langweilig, oder? Das sind keine Action oder so Das ist echt kein Scrolling-Level Das ist irgendwas anderes Das sind das Frikadellen? Sieht aus wie Frikadellen Gibt es eigentlich in türkischen Frikadellen? Wie heißen die dann? Weißen die Hm Nervig dich mit mal fragen? Nervig dich mit mal fragen? Nö Oh, du lest an Ich wollte so ein Buchstabe sagen Ich habe nichts gesagt Ja, das ist Oh nein Ganz fortgesehen haben Oh, das war schon klar Kommt her Ein gelber Oh mein gelber Ich wollte den roten Hm Oh, das war ein schwarzes Geschenz Ein schwarzen? Ja Das stimmt, ich habe noch nie einen schwarzen Luftballon gesehen Hier, sowas ist es nicht Wo bist du? Ich will einfach also so Hä? Ich wollte doch da auch Ich hätte auch gedacht, dass da irgendwas ist Okay, dann muss ich... Ich weiß Ich habe es ja gemacht, deswegen wusste ich das auch noch Boah, ich brauche gleich eine Pause, mein Kopf tut voll weh Und mein Headset Boah, das ist schon... Folter Ich muss sowieso bald mit Dörfer feiern Ich bin sowieso bald fertig mit dem Projekt Dann muss ich... Ach, ich habe noch Haruto nicht mal lange nicht mal weiter gemacht Hä? Ich bin sowieso fast am Ende... Ich weiß nicht, warum ich die weitermache Ich glaube, ich habe den ganzen anderen dieses Sachen hier gedacht Das tausend Videos Ding Ich muss gleich nach... Ich muss mal gleich nachsehen, wie viele Videos... Also, wie viele Videos ich noch machen muss Ich glaube, ich denke schon, dass ich es schaffe Ich denke, das ist schon ein bisschen optimistisch Denn, 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 denn Ja, ich wusste, dass... Das war Markenzeichen, glaube ich Man! Pech gehabt Was, wie viele nun haben wir eigentlich? Warte, gleich, gleich Gleich, gleich Vier Können wir nicht erst zwei drücken? Okay F1 Nein, nein Achso, okay Ja, die letzte noch Ja, die letzte Was, ich F2 drücke, ne? Dann ist das Video gelöscht Was, ich F2 drücke? Dann gebe ich dir eine Das wird aber schlimmer Was, ich F5 drücke Da bringe ich dich um Das hast du gesagt Ja, ich weiß, das habe ich nur gesagt Lift Ballett Oh nein Ich schwuchte Oh, und ich dachte, ich hasse das Aber es ist eigentlich nicht so schwer Was hast du das? Achso, das da Kann mich einer Ich kann mich von viele Sachen erinnern Von Let's Place von anderen Und wir haben schon Und wir haben schon 25 Minuten, wollte ich kurz erwähnen Oder 26 Minuten jetzt Ich wusste, ob ich überleben oder nicht Warte, waren ja nicht irgendwie spinnen oder Ja, diese schwarzen Fischer waren da Ja, das ist da Boss In diesem Level, oder? Das ist da Ja, ist so Ich wusste es doch Achso, in diesem Level weiß ich nicht Das weiß ich nicht Ich weiß noch, ob das inger Inger Level So ein schwarzes Fischer Ah, das weiß ich Ja, das war ein Planet Ja, aber ich weiß nicht, welcher das war Hm Hm, okay Aber den Möwennerven voll Nö, guck mal, die können mir helfen Die waren strengig voll Ja, ich weiß Ha Okay Dün, 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 dün Ach ja, wenn ich betrunken bin, bin ich voller Entertainer Weißt du, wieso? Nach der Party Ich war, ich war den ganzen Tag nicht geschlafen Also seit 18 Uhr, 19 Uhr habe ich nicht geschlafen Also Nacht durchgemacht Wirklich? Ja Es lag nicht am Alkohol Ich glaube, ich war einfach nicht müde Aber wenn ich gucke Die Leute, ich habe irgendwas gemacht Die Leute haben die ganze Zeit beobachtet Ach so Ja, die haben die ganze Zeit beobachtet Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe was los Die sagen so Ja, uns ist langweilig Unterhalte uns mal Ich habe irgendwas ganz alt gemacht Ich glaube, du hast schon längst eingeschlafen, aber ich war nur ganz hellwach Ich war nicht da, Junge Ich war auch immer sagen, wenn Aber es ist auch ein Zeichen, dass du wolltest, ich da saß Bisschen, bisschen Ich glaube, du hast dich kaputt gelacht Wenn du mich gesehen hättest, wenn du mich gesehen hättest, dass du mich angeguckt hättest, sie kaputt gelangt Aber ich bin nicht da, wenn du sagst, wenn du mal wenn, da hättest du mich schon nicht getrunken Mach Enter F1 F1 Okay, weiter geht's Drück Enter Was? Okay, jetzt Ja Egal 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 Ich glaube, die haben diese Klingelton gehört, oder? Hab ich schon Kommt das Baby wieder zurück Hast du gerade das Baby abgeschossen? Ja Warte Wie willst du jetzt da, achso Ich weiß nicht Ich, ich Egal No risk, noch mal Was? Ach, jetzt kommt der nächste Störung Fried, ich hör das jetzt schon Ähm, mach mal F1 F1, ne? Ja, F1 Okay, weiter geht's Weiter geht's Ich hoffe, das Level geht jetzt schnell vorbei Ich auch Ich wusste es ab Ab 21.30 Uhr kommt, ähm, werde ich eh erst mal gestört, das weiß ich immer Jetzt musst du durchsprinten Achso Jetzt musst du durchsprinten Was zur Hölle? Achso, das geht weiter Riecht das jetzt auch? Riecht das irgendwie nach Multivitamin jetzt Was denn? Riecht das irgendwie nach Multivitamin Komm dir sofort, oh mein Herz Ich krieg voll Hunger Also, bist du wirklich krank? Ein wenig Du Spass, wenn ich wegen dir krank werde Du wirst sehen was Du wirst sehen was da mit dir passiert Du wirst sehen Ich weiß nicht, ohne was Es geht immer so schnell Es geht Es geht Planet Action Irgendwie geht es Irgendwie geht es Irgendwie geht es Ach, scheiße, fick dich doch Warum ist es so Mann Dieses ist auch noch ein bisschen Ich glaube ich einfach mal ein Kapp machen Wie dauert es Wie lange Ich weiß es genau Ich weiß es genau Egal, wir machen das noch zu Ende Perfekt Ich weiß es nochmal hier Achso Ich wusste es nicht Okay Komm hier schnell Ich glaube jetzt kommt der letzte Teil von diesem Level Nein Nein, wenn du schon so ein Sexset gibst Ich weiß es nicht wissen Aber wenn ich verliere dann machen wir Cut Ne Ja Nicht dass ich jetzt einfach sagen Oh, ups, Entschuldige Nein Ich weiß es nicht Nein Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber du weißt es nicht Wenn ich Fallen die Steine nicht irgendwie auf dein Rücken oder Achso jetzt fallen die Achso So 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 Okay Gut so Und weiter Und weiter Und weiter Und weiter So Gut so Ich dachte, das ist ein Scherz, das wir selbst umbringen Oh shit, wo gehst du jetzt hier? Es gibt mehrere Wege, Musti Hört mich mal Willens habe ich verloren Es hat keinen Sinn, wenn das sowas ist Hätten die gleich so Das ist eigentlich jetzt hier gewesen Keine Ahnung, was da oben war Mann, du Rassist Egal, komm Ja, Musik, ich weiß, das ist Ich weiß, das ist tolle Musik 61 oder 67? 61 Okay, mach mal F3 Okay, bis dann, ne? Tschüss